Der nachfolgende Kurzfilm beschäftigt sich mit der Personalentwicklung und Fortbildung in Großbanken am Beispiel der Deutschen Bank. Hier zu sehen das Bankenviertel der Saarbrücker Innenstadt. Die Kamera begleitet nun den Banker auf seinem Weg ins Bankgebäude, wo sich die nachfolgenden Szenen abspielen. Musik Herr Mayer, haben Sie Zeit? Können Sie mit mir ins Gesprächungszimmer kommen? Ja. Wir müssen was überreden. Hallo Oliver. Kommen Sie. Also Sie wissen worum es geht? Ja, also es geht ja um das Seminar. Genau. Wegen dem Immersion Markets. Wegen dem ganzen Potential. Genau. Ja, wie ist denn das mit den Kosten? Wer trägt denn die? Also wie in Ihrem Vertrag steht, müssen Sie 70 Prozent tragen. Uff, 90 Prozent also. Also 9.000 Euro wären das, glaube ich. Boah, das ist schon heftig. Ja gut, unsere Politik tut uns leid. Ja, also Herr Müller, ich habe ja in den letzten Monaten Rekorder gegeben, so ein 500.000 Euro erwirtschaftet. Was sagen Sie dazu? Das ist nicht schlecht. Ja, mit dem Seminar 9.000 Euro ist schon heftiger vorgegangen. Ja schon, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie für Ihre Karriere, für sich selbst investieren. Okay. Und die Position als Filiale, darüber sprechen wir nochmal, oder? Ich schaue mir erstmal die Zahlen an und dann reden wir noch. Ich wusste es doch. Unglaublich. Herr Schmidt hat nur 2.000 Euro weniger gesamt gewinnt. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann sowas. Was ist jetzt mit Ihnen los, Herr Müller? Also Sie haben sich nur auf den deutschen Markt konzentriert und haben keine Risiko-Eugungen vorgemacht. Das wird heißen, dass wir so in der Zukunft nicht mit Ihnen arbeiten können, ganz ehrlich. Okay, also ich meine, dann muss ich halt gucken, ob sich mir Möglichkeiten bei anderen Banken bieten. Schauen wir mal im nächsten Monat ab und wenn die Zahlen vorliegen, können wir nochmal treten. Also das kann doch gar nicht sein. Also wieso hat denn der nur 2.000 Euro weniger gesamt gewinnt? So muss ich mich echt im nächsten Monat noch ein bisschen ranhalten. Hallo Herr Schmidt. Hallo, alles gut. Mein Herr, aufgrund Ihrer hervorragenden Zahlen, muss ich sagen, können Sie an dem Seminar teilnehmen. Wollte ich Ihnen noch Bescheid sagen. Oh, wunderbar. Vielen Dank. Sie auch. Sie auch. Sie haben ja einfach keine. Genau. Super.